Sind Sie eigentlich heute schon bei Coop gewesen? Nicht? Macht nichts, Sie können ja morgen gehen. Die Confitüre Bon Maman ist neu bei Coop. Und wirklich gut, wie selber gemacht. Es ist gut, wenn man immer genug davon zuhause hat. Bei Coop sind jetzt zwei neue Pizza erhältlich. Echt italienisch, mit einem knusprigen, vorgebachenen Boden. Und den Namen müssen Sie sich merken für das Markenspiel in der Coop-Zeitung. Und das ist die Lösung für das Sonntagsbraten. Die Rindfleisch-Aktion morgen bei Coop. Das Kilo von jedem Stück 4 Franken günstiger. Also, morgen bei Coop. Aber sicher.